Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich Gommel-Quisky bringen will. Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Wenn die meisten meinen, dass das so ist, dass Gommel viel besser ist, dann wird das wohl so sein. Meiner. Das Problem ist halt einfach, dass er gerade tryhardet wie Sau, was mich ziemlich abfuckt gerade. Aber wie man in meiner Stimme hört, mich nicht gerade juckt. Wir machen noch schnell ein faires 1v1 und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf ihn. Okay, der hackt rein. Es ist so lächerlich, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Und ich reporte den auch nicht, weil es mir einfach zu blöd ist und mir einfach unnötige Zeit kostet, da man mit Eilt einfach schnell wieder auf Gommel gehen kann. Und dadurch dann auch wieder weiterhacken kann, was andere Spiele abfuckt, weshalb ich mir nicht die Mühe mache. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen gespielt, bin jetzt im DM sozusagen mit zwei anderen Leuten. Ich habe da mit dem lieben Serpio gezockt, aber er hat mental aufgegeben. Ich habe 1 Stack und 15 Pfeile, die werden wir richtig zerbausten. Macht den Sound ein bisschen leiser. So. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal, was wir dieses DM hier reißen können. Ich habe schon 5 Kills und wir sind jetzt nur noch gegen einen. Wee. So, dann machen wir noch schnell mit dem Pfer. Und dann würde ich sagen... GG. Schaut in die Videobeschreibung, da ist der liebe Serpio, verlinkt. Und bis zum nächsten Mal, hat rein. Tschüss. Halt deinen Maul.